hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde mit spannender musik zur folge 367 hier am rad das heißt am rad am gericht ist die schafe die mähen vor sich hin die habe ich über ein bisschen geschnitten darüber habe ich die schere im inventar weil ich habe hier hinten ein bisschen wolle rüber geschafft zum wallhändler dass wir hier mal ein bisschen was reinbekommen ja da habe ich allerhand wollen erst mal reingepackt und vermischt und hier war der teppich drin und der teppich ist ja die teppich textur wurden insbesondere in ein bisschen verändert sind aber nur kleinigkeiten aber es schaut nicht schlecht aus aber einigen teppicharten gibt es doch noch ein paar probleme ich glaube das hier ist nicht der zog der orange also vor uns liegt der orange ist das der fall also das ist eigentlich das ist rot hier unten ohne blut orange kann man schon sagen das ist normal orange den teppich habe ich das ist rot hier kann ich mal kurz hier zeigen hier so droht aus jetzt so naja also kann man machen nur gut ich habe aber noch was anderes gemacht ich habe den ratsmarkt hier der auf der seite er ist ein bisschen vergrößert und zwar hier hinten ich habe den weg hier angepasst bis hierhin er fehlt noch eine stufe die wollte ich mir noch machen und habe jetzt hier eine lit fast säule hingestellt die erste lit fast säule nordwains schaut so aus verbesserungs vorschläge gerne in die kommentare so hier steht jetzt viele glückwünsche zu 300 folgen wünscht ihr alle bürger hohensteins das stand ja erst hier vorne vorm rathaus das habe ich sozusagen weggenommen und habe das mit hier angeploppt und hier steht noch schon die nächste reise geplant touristik und caravan ning passte nicht mehr hin darum nur caravan straße die höhe fünf da dass das dort wo mein fadenkreuz grad ist das dach ja da ist das da oben ja hier hinten wir sollen noch ein paar marktstände entstehen hier sind einen kleinen kleinen gang die gasse aber ich weiß nicht wie ich die gasse benenne da ich bin noch im kreativen modus gerade seht ihr warum bin ich denn noch im kreativen modus ich habe was hier überflogen ich habe was äh na wie sagt man denn screenshots gemacht jetzt weil ich den chat mal kurz anstellen hier null zack leerzeichen zwischen alter also der cedric da ist ja heute irgendwie ganz durcheinander hat er den gemut angelassen na gut ich habe eh nur screenshots gemacht von daher passt das ja so die gasse hier zum glück habe ich noch nicht angefangen mit bauen das wäre mir ja spät aufgefallen dann so was habe ich jetzt im winter was noch weg muss die erde ich habe ich mal weg hier die erde ich habe hier ein bisschen geteraformt logischerweise ich musste den stein einsetzen und das schaut das ja auch gleich ein bisschen stattlicher aus habe ich mir so gedacht hier könnte man vielleicht so ein kleines zollamt hinbauen für die ganzen händler die von außerhalb kommen wenn sie ihre zelle abliefern beziehungsweise die markt steuern hier keine ahnung ob da irgendwas vorliegt muss ich mir auch mal überlegen wie ich das mache so dann ist da ein ganz großer punkt die lücke gefällt mir nicht ganz großer punkt bei uns hier auf dem server dass gerade die wahl stattfindet komischerweise habe ich so viele folgen aufgenommen dass sie bis gestern also der folge 366 reichen was aber schon donnerstag ist deswegen stelle ich euch die bis jetzigen wahlkandidaten vor und ihr könnt euch da mal hier ein bisschen gedanken machen ob ihr da auch mitmachen wollt wie gesagt unter diesem video könnt ihr euch auch bewerben zur bürgermeisterwahl in dämpfbach 2017 bewerbungs schluss ist der lass mich lügen ich weiß das datum gerade nicht auswendig der 26 februar also ihr habt gar nicht mal mehr so viele tage zeit und zwar um genau 0 uhr zum montag hin also wenn ihr euch nächsten montag bewerbt dann ist schluss mit lustig also dann zählt nicht mehr so hier hinten ist ja der industriehafen der entstehen soll in nordwene und das ist wartung in meinem freund hier wartungen welt einstiegspunkt und jetzt ich auch einiges getan hier ein weg wurde oder ausgebaut ein bisschen ein kleiner platz hier habe ich schon mal aus ausgeschildert war ja der weg hier auch schon langsam fertig wird weiß ich ob ich das schon alles hier gezeigt habe im let's play ich zeige es einfach alles so hier ist das haus der gemeinschaft mein leben freunde aus der gemeinschaft hier sind die drei regionen aufgeteilt einmal das kalifat oritarie das kaiserreich nöderum und das kurfürstentum benzin und da ist ein kleiner schreibfehler sehe ich gerade das e gehört ja nicht rein es wird geschrieben wie benzin nur mit w so hier ist die tür auf das gefällt mir nicht hier steht eigentlich immer so ein kleiner kleines mannequin hier unten ist der wartebereich sehr spannende musik gerade hier ist auch ein kleiner kleine entspannungsecke hier eingerichtet von der annie sehr hübsch so hier geht es nach oben und so eine schöne glaswand wo man nach unten gucken kann und es wird nachts sehe ich gerade hier ist wunderschöne gestaltung hier mit orange nennen das eigentlich orange aber das rote passt eigentlich auch sehr gut daran so hier sind die ganzen regeln des servers könnte das video kurz stoppen wenn ihr das unbedingt lesen wollen so könnt ihr das video kurz stoppen ich kenne dir ich suche mir mal hier ganz oben waren die glaube ich ich muss noch eine etage höher da war ein bett oder auch nicht oder ich nehme einfach mein bett und wo ist ja hin weil der jj ist nicht mehr drauf ok ich habe gedacht der jj ist noch drauf aber anscheinend nicht es wird eine längere folge also bleibt dran eine etwas längere folge hier ist der hafen mit dem wunderschönen segel wohl was ich gebaut habe was auch zum jj führt sehr schön mit der galleons figur hier oben drauf das habe ich aber glaube ich schon mal gezeigt ich weiß gerade gar nicht ganz oben soll nämlich mal betten entstehen so hier geht es dann zum hafen runter hier kommt noch ein gebäude hin da bin ich mir aber noch nicht sicher was da hinkommt und hier hier entsteht eine herberge es ist alles offscreen hier wartungen entsteht ein bisschen im offscreen modus deswegen gibt es hier nicht so viel zu sehen hier ist eine kleine gestalterische künstlerische ecke hier waren glaube ich kann man noch ein bisschen von sehen wenn ich hier was weg nehme mit der schaufel ne haben wir dicht gemacht komplett hier haben wir komplett dicht gemacht sieht man nichts mehr hier ist die herberge und das mein lieben freunde ist die bewerber tafel da haben sich bis jetzt folgende kandidaten beworben zur bürgermeisterwahl 2017 für das dörfchen dämpfbach und dämpfbach da gehen wir gleich auch noch hin keine sorge gleich geht es los so kandidat nummero eins ist pascal schersch kandidat nummero zwei ist der centros 86 kennt vielleicht einige einige kandidat nummero drei ist tobias diesel kandidat nummer vier ist paul grieshammer und kandidat nummero fünf ist der kiere 426 die anderen kandidaten stehen noch nicht fest es ist noch jedenfalls auf jeden auf jeden fall es ist jeden fall noch zeit bis zum sonntag 23 59 könnt euch hier bewerben und da steht ja auch auf einem schild wenn ihr wissen wollt was jetzt hier phase ist warum wir das machen und was überhaupt dämpfbach ist das seht ihr nämlich gleich also dämpfbach seht ihr gleich die informationen zur wahl 2016 2017 seht ihr in der infocard einfach mal oben rechts hin klicken hier 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 irgendwo hier oben wird das jetzt eingeblendet und wir reisen jetzt nach dämpfbach meine lieben freunde also bleibt dran da wisst ihr nämlich auch gleich mal wie weit es bis dort hin ist ich habe mir ein bisschen essen mitgenommen wir nehmen das hübsche schiff von der lieben annie die eva maria und reisen mal nach mooseck mit dem schiff zack und dann sind wir in mooseck meine lieben freunde hola die waldfee ich weiß nicht ob ich das zeigen darf aber ich finde es geil und hinten ist auch schon was gebaut ich will es gar nicht zeigen das wurde nicht angekündigt ich habe nämlich zurzeit kein handy und kriege überhaupt nichts mehr mit was ihr für informationen umgehen es kann sein dass ich das nicht zeigen durfte aber das sei erst mal dahingestellt wir laufen jetzt erstmal nach dämpfbach so jetzt sind wir nämlich schon als musik raus und das kennt ihr nämlich gleich mal den weg wie die ganze verknüpfungen hier sind und wie lange das überhaupt nach mooseck ist da können wir nämlich gleich an niederbach vorbei erst mal die unterführung so jetzt ein bisschen zickzack durch die bäume irgendwie muss man ja nichts haltes kommen hier so und da ist ja vorne gespannte musik hier hier geht's nach niederbach geht's nach niederbach hier oben zum komischen pfeil nach dämpfbach gezellern jetzt der weg schon etwas befestigter hier steht noch ein paar setzlinge rum hier geht es nach dämpfbach da gucken wir mal hier ist der weg auch schon erneuert worden durch halbstufen weil die pferde und esel ja hier ein bisschen tummel treiben hier sieht man nochmal niederbach ein bisschen vom weiten das ist niederbach dort hinten denken wir jetzt hier wie so eine umgehungsstraße wenn man das ja so sieht aber niederbach liegt nicht direkt auf dem weg liegt ein bisschen abseits das soll es auch geben ein schwebender baum alles klar so hier ist der dichte fichtenwald ein dichter schwarzeichenwald das klima wird immer milder gut wie viele pilze hier auf dem bäumen wachsen der shit wir haben auch ein paar bäume hingestellt hier so als nutzholz als dekoration des waldes sozusagen so das ist eine herberge meine lieben freunde die er kommt weiß gerade gar nicht wie die herberge heißt den namen jagd schloss grundewald jagd schloss grundewald ist das hier ok wenn wir weitergehen wenn wir mal hier die bekloppte eichhörnischen taktik wählen da kam ja irgendwann hier hinten da ist schon die wüste und da ist schon eine bergtalfahrt nach dieser bergtalfahrt sehen wir dann schon den dämpfbach weit ist es nicht mehr hier die wunderschöne brücke die musik ist auch schon spannend hoffentlich hält die auch bis hinten kann nämlich nicht schneller laufen so und dort hinten hat man schon ein bisschen das gesehen und hier hinten ist dämpfbach meine lieben freunde hier ist dämpfbach und hier ist es uns eigene schild von dämpfbach es liegt in annis landkreis hier im landkreis moosaren hat der serie keine gewalt mehr für und für diesen ort bewerben sicher die leute es gibt eine kleine sache das blende ich wahrscheinlich auch ein es gibt eine alltagsbeschränkung die liegt bei 16 jahren beziehungsweise haben wir die runter gesetzt von 18 auf 16 stehen noch ein paar Informationen im herzen der wüste krolatfoss krolatfoss ok würde vielleicht für den einen oder anderen auch Sinn ergehen als örtlichen dämpfbach ist wie gesagt umbenennbar und was hat er jetzt direkt vergessen Bücherregale ich wollte Bücherregale mitbringen alles klar hier steht die tür offen guten tag hier stehen die leute in sich kommen mal raus hier da eben nicht da spielt es hier siamesische zwillinge spielen die hier neues spiel in dämpfbach hier anscheinend das ist das war meine lieben freunde hier ist ein flüsschen ich kann das auf der karte zeigen hier liegt dämpfbach hier ist der ozean das benzinmeer hier war irgendwie die kleine kleine buack hier liegt niederbach hier liegt mooseck wenn man den weg hier hoch geht hier fängt sozusagen schon notveen an an dem punkt hier bis jetzt und das ist jetzt das zentrum notveens wo wir hier grad dran bauen ist schön groß hier ne hier oben ist der spawn hier das segelschiff wo wir gestattet sind hier gut tag ja ihr freut euch schon auf den bewerber auf den neuen bürgermeister hier von dämpfbach das freut mich doch dass er euch freut ja wünscht euch sehr viel ja das verrate ich jetzt mal nicht was ihr euch wünscht das könnt ihr an den bürgermeister selber stellen ich bin jetzt erstmal raus hier geschlafen nicht dass hier noch monster kommen in das Dörfchen und sage ciao und vorbei meine lieben freunde bis zur nächsten folge ciao ciao